So, und dann sind wir wieder bei TechTown! Advanced Extractor MK3 Ja Ist doch das richtig oder nicht? Ein anderes hatte ich nicht Wurde schon stimmen Wurde schon passen Oh ne, es ist das falsche Ja, mal gucken was vielleicht funktioniert Wenn es funktioniert, dass du Glück gehabt Aber nur wenn es funktioniert Hä? Warum ist denn das das gleiche Crafting Dingens? Extractor MK3 Mehr habe ich gar nicht gemacht Es ist doch alles gut man Es wird schon ein bisschen Wurde das Advanced? Nein! Es darf nicht das Advanced sein So, warum nicht? Weil das das falsche ist Quatsch, das wird schon funktionieren Aber ich hab das nur einen damit gear Ich hab nur einen damit gear verwendet Warum kommt denn gleich das Advanced raus? So, Cyan, Luminar Und ein bisschen Redstone Extractor Modul Jetzt mach dich nicht fertig Das wird schon funktionieren, jo Das wird nicht funktionieren Dafür wird dich jetzt mal ein Pixel Ach, schau Es ist doch das selbe Modul Im Prinzip nur Advanced Das ist doch scheißegal Ja, aber Electronic Circuit und äh Advanced Circuit ist auch nicht das gleiche Das ist doch ne völlig Ja, hab ich Wo bist du? Ah So, erstmal hier Erstmal schick machen Einmal, zweimal So Na Äh Jetzt muss ich Zack Und So Okay, dann legen wir das mal hier rein So So, funktioniert Dann ist ja gut Aber wieso kann ich Achso, hab kurz geleckt Ja, bei mir auch So Okay, funktioniert Ist Ist die Kiste bei dir auch dauer offen? Ja Ist Gott zum Bug Ist egal So, dann funktioniert das jetzt schon mal 15 eigenes System Yeah Party hart So Älter Was denn? Ja, ich bin gut Schon gut Da wird er wieder schweigsam, weißt du? Ja, da werde ich wieder schweigsam Schweigsam Ist das überhaupt ein Wort? Basalt, ja, ist es Steht im Duden Schweigsam Schweigsam Komisch Schweigsam Schweigsam Steht im Duden, muss schon mal nachgucken Ne, Turnstrick Ist das jetzt in der Wand eingelassen? Ja, ist es Ja, geil Dann habe ich mein System soweit eigentlich auch fertig Ich finde es Hammer Was machen wir denn als nächstes? Ich wollte eigentlich meine Achso, ich wollte jetzt erstmal hier Add one's Dingens und so weiter und so fort was Ah, die ist das Ich, äh, du kannst, ähm, wenn du mal Wow Ja, das Ding ist fertig, passt schon Wenn du, äh, guckst du mal hier unten Ja Wenn du da drauf gehst und unten steht, äh, Popup, äh, das kannst du übrigens ausmachen, das ist nicht wichtig unbedingt Nervt eigentlich nur Das nervt eigentlich nur Und darunter steht both, ne? Ja Da klickst du mal drauf und da steht da Craft und da siehst du die Dinge, die du craften kannst Also die dir vom System craften kannst Ah, also keine Doch, da steht Rubber, da steht Electronic Circuit, da steht Copper Cable und Torch Aber bei mir steht überall eine Null Ja, weil da Null im System sind, aber die können gecraftet werden Hieß dir, ich klicke auf Electronic Circuit Rubber kann gecraftet werden? Achso, ja Da habe ich einfach ein, äh, äh Ich habe keinen Rubber gecraftet? Ich habe einen Extractor dran geschlossen ans System Und da kommt er an So Und das ist auch relativ schnell Wenn du halt 10 zum Beispiel requestest, dann dauert es ein bisschen länger Aber geht auch relativ schnell Oh So Ich habe jetzt 64 angefordert Das dauert jetzt halt ein bisschen Aber es kommt dann nach und nach an Okay Weil es jetzt halt direkt in den Extractor gemacht wird von Truppenholz Und direkt zu Rubber gemacht wird erstmal Warum haben wir noch so viele Scrapboxen im Dingens? Ja, die sind von Rind noch Wow Die sind von Rind noch, also Müssen wir doch mal gucken, was wir damit machen Ich bin mir noch nicht sicher Ja Bist du gerade oben durch weg gegangen? Nein Durch die Tür Achso Äh, ja Ist doch nicht schlecht jetzt Äh, stellen wir die Query nochmal auf? Was hältst du davon? Ich würde sagen, wenn wir, wenn wir wieder vom Server gehen oder nicht? Okay So Äh Ist das jetzt durchgelaufen mal? Ja Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel wir da brauchen, aber ein paar brauchen wir schon 32 Ja Ist doch auf der Reichen Wo haben wir denn die Maschinenblocks? Haben wir hier Die Dinger haben wir hier Extractor, Centrifug Extractor wollte ich nicht Ich wollte ein Rotary Maserator Wands Machine Block, den haben wir Wir können die Maserator schon mal bauen Äh, Eisen? Haben wir nicht mehr so viel Mhm Craft auch nochmal ein bisschen Eisen Stone Äh Äh Du kannst mir übrigens Du kannst mir übrigens sagen Welche Crafting Rezepte ich ins System mit einbinden soll Das mache ich dann Ich habe im Moment keine speziellen Wünsche Ja, wie gesagt, was jetzt noch kommt ist, dass du direkt Eisen anfordern kannst Zum Beispiel Aus dem System direkt, äh Das halt, äh Weil ich will jetzt nicht die ganzen Eisen, die 1000, äh Zu normalem Eisen machen Da habe ich jetzt keinen Bock drauf Deswegen lasse ich das vom System machen Okay Ist ja auch für später mal gut dann irgendwann Ja Ja Da gebe ich dir recht Copper Cable Können wir auch craften lassen Können wir alles craften lassen Okay Requested 64 Copper Cable Request successful Sooo Genau, und äh, das ist auch wenn, wenn, äh, kein Rubber im System ist Dann, ähm, musst du nicht erst Rubber requesten und wieder rein tun Sondern, äh, wenn du Copper Cable requestest und kein Rubber im System ist, macht er automatisch Rubber Weil es ja verfügbar ist vom Crafting her Das heißt, es geht erst in den Extractor, dann in die Crafting Box und dann hoch, äh, vorne zum, Dingens, zum Output Okay Also es ist ja im Allgemeinen ein sehr, sehr geiles System schon Fink geil Ist es Das ist es, und es ist von mir, ich habe es geschaffen Na, aber nicht ausgedacht Naja, nicht ausgedacht, aber geschaffen Ja, das stimmt Die müssen dann von oben rein Zack Ah, ich könnte eigentlich hier einfach nach oben gehen Zack, zack Und dann brauchen wir das hier nicht So, so, so Äh, hab ich noch Gold Key Gold, Gold, Gold Golden Transport Pipes Muss dringend hier mein, mein, das Ding ein bisschen hinten erweitern, weil sonst haben wir irgendwann gar kein Platz mehr Ähm Mhm, mhm, mhm Requestest du grad, äh, Dinger? Ja In der Steine? Hab ich gesehen, die sind hier vorbeiflogen Ja Jetzt hab ich alles gesehen Hab ich alles gesehen So, hier wollte ich nochmal was gucken Man braucht Das ist gar nicht so, wie ich mir das Hier Vorgestellt hab, man braucht das eigentlich nur so Damit die Items von oben reingehen Und Genau So funktioniert das nämlich viel effizienter Das sieht man gleich Okay Gut Aber das auch Hier müssen wir Ja gut, die Automatik-Crafting-Pipes durften das ja machen Autom Logistik Logistik Crafting-Logistik-Pipe Machen wir Glowstone Haben wir da noch Glowstone Nicht mehr viel Wie viele Minuten haben wir denn? 11 Minuten, naja okay Das ist ja easy Easy Fitz Ja, was ist los? Was machst du? Was soll ich tun? Keine Ahnung, deswegen frage ich ja Also für mich ist das die letzte Dinge zu heute Sicher Muss ich gestehen Ja sicher Ich muss morgen um Nein, nur wieder aufstehen Das ist ja kein Grund Das ist ja ein Argument, aber kein Grund Nö, ist ja kein Grund Also wenn es geht die Query jetzt so langsam aufsteht Wenn du Zeit hast Jaja, das kann ich dann schnell machen Ich will nur, ähm, theoretisch will ich noch, ähm, Dings hier, das will ich, das System da hinten mit den Rotary Messerate, das will ich eigentlich noch machen Deswegen, ähm, hm Es dauert auch nicht lang Es dauert nicht lang Es dauert nicht lang So Wie machen wir die Dingens ein bisschen länger? Die Folge Wollen wir nicht Missing one refined iron Das wollte ich ja machen So Reicht doch Einen haben wir hier drin Was heißt, wir brauchen noch Zwei Und du kannst halt auch electronic circuits zum Beispiel requesten und das ist so geil Weil das nicht mehr so nervig ist Das Ganze erstmal zu craften und hast du nicht gesehen Na Verstehe ich Saved the gold Rotary Messerator Flint Flint hat ein Brau, massig Wo ist denn die hin? Ach da Jetzt wird richtig schön viel, äh, Raffeslazuli bei dir ankommen Warum? Weil ich das da reingepackt hätte So Und im sonst Keine Ahnung Weil du lange Leile hast Warum geht das nicht? Achso War ein Bug Müssen wir mal nur refined iron drum herumlegen Refined iron Ich hoffe, das reicht Ja, das reicht So, wir haben drei Rotary Messerators Messerators Verstehst du? Ja Natürlich verstehe ich Die müssen wir jetzt noch anschalten Damit die auch warm laufen Damit die auch warm laufen Crafting Logistic Pipe Ich habe selber zwei, fällt mir gerade auf Was? Rotary Messerators Wie viel? Zwei Zwei Zwei, ich habe verstanden Zwölf Oh hey Nein, ich bin nicht verrückt heute Du bist gerade so leise Stehe ich mal ein bisschen lauter? Äh, nein Jetzt lohnt sich das eh nicht mehr Außerdem spreche ich gerade auch etwas leiser Ich habe dich lauter gedreht Wo ist denn Was wollte ich denn sagen? Achso Wir brauchen Eisen Silver brauchen wir jetzt nicht unbedingt Tin und Copper Das können wir erstmal so machen Warum läuft hier eigentlich ein Glasfaserkabel zum Rind Obwohl das nicht mal bei dir angeschlossen ist Wie? Hier auf dem Weg Das Glasfaserkabel zum Rind Ja, das ist nicht mehr angeschlossen Das muss ich nochmal neu verbinden Ja, was wollte ich denn jetzt hier? Irgendwas Wichtiges Irgendwas Wichtiges Kack, ich habe es vergessen Lol So, habe ich alles Wichtige? Ja Du kannst doch gleich mal Test-Testingens spielen Ich spiele dir gleich mal Test-Testingens Input, Iron Ore, Output, Iron Dust Import, Open So, hier kommt Copper rein Und Copper Dust raus Import, Open Import Und hier kommt Tin rein Und hier kommt Tin rein Tin raus Import, Open Import Ich hoffe, das funktioniert Both Ja, funktioniert Du kannst jetzt Tinders und sowas anfordern Okay Das können wir hier mal alles reinlegen Das können wir erstmal weg Ich habe ja noch ein Low-Voltage Solar Array dann gehabt, ne? Hättest du auch noch haben können Das ist schön Ganz erst mal System holen Wenn du gemüschtest Obwohl ich ja demnächst vielleicht auf unseren Turm obendrauf auch noch ein paar Solarpendel bauen will Das wäre eigentlich gar nicht schlecht So, jetzt bin ich doch außenrum gelaufen Ich habe mich auch teleportieren können Hey Was? Hi Wir sind eigentlich fertig für heute Wir brauchen nur noch die Query Achso, die kann ich mir auch aus dem System holen Phase Conductive Pipe Phase Transport Pipe Kann man die Solarpendel mit Dingens abbauen? Mit was? Schwitzhecke Theoretisch Ja, kann man Wo bauen wir sie denn? Achso, ich brauche noch Hast du ein bisschen Lappes noch hier? Oder Reds und Fakern? Da habe ich richtig viel Lappes habe ich richtig viel in Dingens getragen Ins System Zehn Stacks oder so Habe ich dabei hinter Achso, ich brauche noch ein paar Sticks Sticks So, dann Das einmal craften Und dann haben wir die Landmarks Und dann müssen wir uns noch überlegen, wo wir sie hinstellen So ein bisschen Erde noch Bisschen Erde So, guck mal Ob du den geeigneten Du kannst dir hinter die Tiere stellen Hinter die Tiere Da war die schon Nein Hier war sie noch nicht Der anderen Seite Ah, wenn dann hier hin Damit wir hier so einen Abschluss haben Komisch, von oben kann ich durchs Wasser durchgucken Aber wenn ich im Wasser bin, sehe ich kein Stück Alter, es ist dunkel Tja Das ist das Schicksal Ich kann einen schneller bauen Menü Guck dir einfach mal zu Könnt die Schweine und so mal ein paar Da stehst du drauf, ne? Schweine, Liebe Ich möchte gerne Tieren beim Sex Ja Genau Du bist abartig Was ist denn hier? Das waren doch deine Gedanken Du bist abartig Genau, ich bin abartig Du bist abartig Du bist Deutschland Und Genau, und das habe ich auch Wie viele Blöcke sind denn das gerade? Da? Vier Komm, hier Hühner Ihr werdet auch nochmal Hühnerliebe Boah, Alter So viele Herzen Habe ich gleich ein Level für gekriegt Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Das wäre ja vollkommener Quatsch, wenn ich das so mache Hört mir gerade so auf Scheiße Naja Gehen wir heute in die Richtung Alter, wie viele Hühner sind hier bitteschön dann? What the fuck, man Sie hat eskalated quickly Guck dir das mal an Ja, gleich Ich muss erstmal hier die richtige Peilung finden Damit ich auch nichts falsch machen Jetzt sagen sie alle Ja, ist das hier die richtige Ja, komm Schafe Ist das hier die richtige Ebene oder nicht? Oder ist das zu weit? Ist ihm das zu weit? Mag er das nicht? Das und viel mehr Morgen bei X-Factor Hm, du meinst eher morgen in der nächsten Folge Nein, das meine ich nicht Ich meine bei X-Factor Morgen ist kein X-Factor Oh doch, morgen ist Sonntag Lol Alter, das war gerade sowas von Zufall Alter, du konntest wissen Ich muss das morgen sind, dass es So Ja, ja Aber du wusstest nicht, dass morgen X-Factor kommt Natürlich wusstest du nicht, dass morgen X-Factor kommt Jeder weiß sowas Nein, du weißt sowas nicht Doch, weiß ich Wer ist es denn richtig? X-Factor, das? Unglaubliche Nein Was war das? Du hast mit Absicht falsch gesagt Du hast mit Absicht falsch gesagt Genau Scheiß, ich hab die Pipe vergessen Ah Eine Move, eine Mäh, eine T-T-T-T Was ist das? Äh Weiter weiß ich nicht Weiter weiß ich nicht Tralala Du, 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 li So, au Ich bin der König der Lüfte Lüfte? Hüfte Hüfte So Frequency 30 Und Frequency 15 So, okay Dann noch eine Conductive Pipe Und eine Dings Pipe Und dann haben wir es Dann ist es soweit Dann ist es soweit So, ich komm wieder hoch Wie sieht es mit dem Jetpack aus Nicht mehr so gut Wart essen müsste ich auch nochmal Huch Ich fahre mir gleich die Korotten aus der Hand So, wo bist du, 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 wo bist du Sieh dem epischen Treiben zu Sieh dem epischen Treiben zu Warte, ich muss mal mein Jetpack aufladen So, jetzt komm ich Wenn ich nicht in der Tür festglitschen würde Ich komm Ja, kann's anfangen So, dann haben wir auf Outputs 1 Warum ist die so klein? Hm, konnte ich jetzt nicht größer machen Achso Auf die Schnelle Achso So, Frequency 15 Und dann muss ich es nur noch unten anschließen So viele Hühner Ole ole Ich glaube, wir können bald Chicken essen Chicken Chicken So, sendet der, sendet der? Funktioniert was? Äh, ja, ja Funktioniert alles Super Super Warum ist der Rahmen kleiner als die Query jetzt gebaut wird? Hä? Wofür sind denn diese Dingens hier? Was für Dingens? Bei mir sind hier Markierungen an der Dinge Bis hierhin Ja, die sind doch immer da Ja, aber warum ist das nur so klein, wenn die Query größer wird? Nein, die Query ist nur so groß Die Query wird von mir bis hier hinten gebaut Ja, wird sie ja auch Ja, aber mein Landmarkt geht nur bis hier Also bei mir geht er bis hinten Bei mir ist das hier Guck mal ein So, hier hinten ist Ende Ja, da geht die Query bis hin Aber der Landmarkt ist von hier bis hier gewesen Nein, ist er nicht Er war bis hinten hin Sonst hätte sie sich ja die Query nicht so aufgebaut Das war nur so Bei mir Ja, kann gut sein, dass es so war Aber bei mir wurde es nur so ein kleines Viereck angezeigt Tja, du bist halt ein Noob Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir müssen Was? Verbinde ich jetzt hängen mit dem Strom oder lasse ich es? Ah, ich lasse es Kannst du es theoretisch erstmal lassen Ich bin ein Hittebill, ich habe eine Rüstung Vergiss das nicht Oh toll, ich habe auch eine Rüstung Ja, aber nur eine Nano-Rüstung Oh Kommt wieder der Feine her Ist so Mit seinem Yu Yu Meta Zeug Da hatte ich das Yu Yu Meta noch gar nicht Die Rüstung muss ich erstmal richtig aufkünden So, pimp mal Rüstung Mäßig So, gut Die Query läuft Pips ist doof Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Haut rein, macht's gut Tschüss